ich will einen Anzug doch du kannst doch nicht einfach den Pisswassertruck anfahren wow man kann's, man kann's auch übertreiben oh ein Traktor ich kann hinten noch zwei anbauen ne? du hast rechts neben mir noch zwei Sitze frei alter man kann's auch übertreiben ey ich könnt's machen wenn ich was sind das für OP Fahrzeuge hier teilweise das Ding kostet paar Millionen so wie du es hier siehst da ich's hinten, da ich's hinten hinten wie hinten soll ich die traurige Posaune als Hupe nehmen? geradeaus genau auf dem Moment nein, fahr jetzt mal nach vorne, damit ich beschießen kann hä, wie geht denn das? ach so hä? das ist das Beste muss doch eh drücken ich jetzt ich hab dich eingeladen, nimm mal kurz an meinst du mich? du hast keinen angegriffen ich hab mich beide zu meiner Organisation angegriffen ich hab mich Geld bekommen ich auch warum schießt du denn auch die ganze Zeit hier? ich hab keine Anfrage doch nein ich hatte das schon mal, dass ich die irgendwie nicht bekommen hab lol, das eine Fahrzeug hier ist grad voll gegen den Pfosten gefahren schon wieder komm, jetzt kannst du hinten rein das ist ein anderer Spieler da das ist ein NPC hä, warum seid ihr die ganze Zeit gegen den Pfosten? nein, das geht nicht hä, was macht die da? nicht mit F auf den Kreis und E auf den Kreis und E auf den Kreis und E Panzerung ist derzeit günstig 40% Panzerung für nur 5.000 Dollar kaufe dir hab ich schon wenn ich bitte Forschung weiter wäre, könnte ich hier noch zwei weitere Schützer dran bauen warum bist du noch nicht weiter? weil ich das dauert aber warum kostet das noch mein Schild dann 100.000? wollen die mich irgendwie verarschen? ja, wir also also wir haben einen Stern und es kommen irgendwie ständig Polizei aus zwei Sternen, wenn ich bin dürfte ich hab nur einen, cool ich hab zwei ich fahre nur ich bin der Fahrer, nicht der Mörder weil weil du Flucht begangen hast wahrscheinlich Fahrradflucht Fahrradflucht welche geht auch die Patch of Boys ich hab gar nicht in Radio Rale Patch of Boys, West End Girls mhm, wir haben einen coolen Handy ja nur irgendwie versuchen nicht überfahren zu werden seien Ernst jetzt ich hab dich ja gar nicht ab und geschützt wow komm jetzt mal rein ich lass ihn hier stehen sehr großzügig ich nehm lieber diesen komischen Karin Kuto bleibber stehen jetzt bin ich bei mir mitfahren nö ich weiß ja wie sich das anfühlt wenn ich jemandem und spieler das Auto klaue das ist echt traurig hey Torge, wo ist dein Auto? also ich kann mein Auto da ran parken ach den meinst du mit Bart ja das ist der Drummer von Santiano ja ja kann sein ja ja das ist direkt hinter dir nicht reinfahren der Drummer war jetzt ein random du musst unbedingt das Profil umstellen das mit den FPS hier das ist ja richtig blöd ich brauch nen neuen Look ich will nen Anzug doch du kannst doch nicht einfach den Pisswassertruck anfahren wow Johnny will Johnny muss sich umziehen wir müssen ihn immer anhalten ja wo ist ein guter Laden da ist das Server da will ich nicht hin hier muss wer wow jetzt hält der auch noch an ey zu den Panzerboys das ist schon halb elf also ich spiele flüssig also vollkommen flüssig mit 60 FPS aber das Video hier hat grad noch 35 30 48 nice 47 das ich wollte Zeit für Namen erzählen der kann die Aufnahme nicht richtig machen witzig dass OBS das nicht hinkriegt aber das Spiel flüssig geht das ist ein Vorteil gegenüber zu Fraps wenn Fraps nicht richtig aufgenommen hat dann war das Spiel auch nicht flüssig wow immer diese Pisswassertrucks ey sie sind in ihrem Weg die trinken wahrscheinlich das ganze Bier jetzt machen sie was sonst nix um die Kurve driften oh fast ach so, bist du da hochgefahren? ja Mist bei mir explodiert sie die ganze Zeit Johnny bist du bei meinem Geschütz? nein Johnny du kriegst gleich keinen Anzug haha ok dann reizt die mich zusammen cool so ey wie geh ich denn wieder weg vom Geschützturm das seh ich hä ich will weg ist doch gut wenn ich da weg von weg bin ich bin da hier auch ey was ist hier passiert? seid ihr noch mit dem Wagen drin? es passiert nix wenn ich hier ich bin jetzt ausgestürzt ich bin noch mit dem Wagen drin komm hinten raus auf F F hat geklappt wow deswegen die Latine kann ich jetzt nicht reinlegen ich bin in den Lade reingefahren ja du kommst raus bei Exit da hinten oder? wenn wir jetzt Johnny nicht einkaufen das ist gerade richtig cool kann ich die Frau hier irgendwie anfahren? ne scheiße ich hab mich festgefahren das Lokal hat geschlossen Alter Multivorme schießt du den Verkäufer das war ne Verkäuferin ja oh du bist doch behindert oh oh man Johnny klappt mein Auto wow ich will das Auto hier raus fahren ihr habt Sterne stimmt's Multivorme hat mich sabot... oh man warum fährt der Polizist mich über? mach mich mal einsteigen bei dir Multivorme ich denk das ist unser Freund ich hab das grad einfach geklaut das fuhr hier grad ich hab ein Fahrzeug na die haben geschlossen weil Multivorme die Verkäuferin erschossen hat kann man hier auch... nein lasst einfach ein Haste machen wollt ihr mitfahren? ja ich bin schon drin ich bin schon drin ich bin schon drin ich bin schon drin ne jenny jenny finds immer noch sexy wen? ja david david msk david msk ach ne ich hatte heute schon einmal schwulensex das reicht mir erstmal wir warten wieder nur auf johnny wie jeder ja vorhin haben wir die ganze Zeit auf dich gewartet bin ich der eine das ist doch wir alle die gleiche Maske auf haben das ist mir ja egal wenn ihr auf mich wartet, das ist ja nicht mein Problem wieso hast du ne Maske auf? ja toll, ganz große Soße ganz ganz Robin Soße was 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 soll ich das jetzt rausschneiden und dann soll ich das jetzt drinnen lassen Scheiße, mein Ben-Händler-Mobil ist nicht da, ich hab das Falsche genommen Sollen wir alle ins gleiche Auto? steckt halt mal ein ihr müsst alle zum Ding gehen ich will nicht hinten auf der Ladefläche sitzen die Ladefläche nein ich will nicht oben oben, ich will nicht hier dran sein nein nein, setzt sich rein wie kommt man an das Ding ran mit H? ich mach bitte gerade einen steig aus geh runter ja, ich dachte ich darf da mal drinnen sitzen, cool ja aber nicht jetzt, nachher haben wir wieder ich will vorne sitzen ich will nicht doch jetzt ich hab einen Robin-Penis ja ich hab auch einen Robin-Penis erinnerst du nicht nein du vollidiot jetzt zurückfahren, soweit setzen ich muss den Fernseher erstmal wieder anständig Leute, gib dich zum Dinghy welches Dinghy Dinghy-Donghy Weinwood-Zombie Dinghy-Donghy-Zombie plein effektiv Was machst du denn da? Fern nicht jetzt mach Radio an hier Gibt's hier auch, äh, guck mal, Innenraum-View gibt's ja hier auch. Wieso kann ich das Radio nicht ändern? Ich hab's dir verbraucht. Okay. Warum gibt's hier keinen Kamera, äh, keinen Kino-Modus? Wie bei GTA San Andreas? Drück R. Achso, mit R. Ich bin das gewohnt, dass du V ein paar Mal drückst, bis es...